Ey, ihr sterbt gleich. Noch nicht. Nicht während ich spiele. Das sag ich dir, wenn du nicht so gestorben bist. Vielleicht solltest du dann... Okay, oder auch nicht. Oh, mal heilen. Sollen wir nochmal heilen? Ja, wir haben ja die EMP. Genau. Nur C, EMP, nur zum Heilen. Das wäre cool, wenn sie auch von alleine mal heilen würde. Das wäre dann... Das wäre dann schon fast moderner Spiel. Viel Spaß. Ja. Hey, der letzte Weg. War der richtige. Schön. Tja. Ist das eine, oder? Das ist diese Camilla wieder. Ja, ist nur einer. Na, da kommt das Wehrwölfchen. Ich gehe auf den Wehrwolf, der ist mir gefährlicher. Der Wehrwolf ist irgendwie... Der Gegner. Sieht irgendwie süß aus. Oh. Mhm. Sieht gar nicht mal so viel ab, sie merke ich gerade. Probieren wir, ob ich Finsternis. Gucken wir mal. Von seiner hat 100 abgezogen, geteilter Schaden. Das waren jetzt... 186. Oh, Intelligenz. Noch mehr. Intelligenz. Wollte ich auch gerade sagen. Ich wollte gerade schon fragen, dass ich anscheinend irgendwo noch ein Gegner anscheinend, weil du noch ein Wolf bist. Und da haben wir ihn. So, jetzt möchte ich nochmal gucken. War das nicht das über 100, oder war das dein Schlag, der so viel abgezogen hat? Ich weiß es nicht. Ich glaube, deiner. Zu einem Bloody Wurst passt irgendwie nicht so eine... Ja. Ich heiße es... Ihr seid gleich wieder tot. Ihr seid gleich wieder tot. Das sind die Automatis, sobald ihr die Attacke einsetzt. Wow, das war so verdammt schnell gecastet. So, jetzt noch mal hier. Jetzt surfen mit seinem Suzaku Skydance. So. Keine Stärke für dich. Na, okay, Lichi. Kroong. Kroong. Kennst du das Spiel Kroong? Ne, ich kenne Kroong. Kroong ist auch cool. So. Kurz mal gucken in den Raum hier. So, was nehmen wir? Du darfst wählen. Du hast Chance an 1 zu 3. Wow. Und nochmal zurück. Ich will nicht sehen, was in den anderen ist. Vielleicht ist irgendwo eine goldene Statue drin. Okay, du hast recht. Und wenn nicht, dann zumindest... Warte, warte, warte. Oh, weißt du nicht, geil. Geh mal rein. Da wird zumindest ein paar Gegner mit guter Erfahrung drin sein. Schnell die Wölfe. Ja, ja, ich versuch's hier, ne? Aber ich... Ich mach lieber hier grad so ein O. Mit meinen Armen. Du tanzt deinen Namen. Drago! Oh. Ich hab grad gesehen, die Attacke hat die eine Kamilla da geheilt. Ja, und die macht sonst gleich tot. Ich will's mal nicht hoffen. So, schnell. Darüber. Heilen. Und weg von den Gegnern. Boah, ey. Ohne Witz, wenn da zwei Attacken kommen, das hält keiner von uns aus. Das weißt du schon, ne? Das mag sein, ja. Kein Spirit. Dann Vitality oder Luck? Oder Intelli... 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 Brauchts ja nicht, weil die greift ja ihn ja an. Vitality. Ja, gib mal Vitality. Ich glaub, Intelli... ... war nicht nur fürs reine Angreifen. Ich glaub, das war auch für Mana oder irgendwie sowas. Ja, aber das ist jetzt so schön, auch auf jeden Fall sehr viel. Ja, das reicht. Wir sind bis jetzt noch nicht so weit gekommen, dass wir uns... ... dass wir ihre Magie mal heilen mussten. Das ist wahr. Oben links. So, holen wir den noch. Was haben wir hier? Oh, ein neuer Gegner. Und Kamilla. Macht Licht, sauber. Ich möchte mal Wind ausprobieren, weil, wie gesagt, die sehen ja so ein bisschen wassermäßig aus. Dann probiere ich mal Wind und Feuer aus. Oh, 100. Was war? An dem kleinen Typen da oben hat auf jeden Fall Wind grad viel abgezogen. Ah, das ist okay. 200, an das so jetzt auf drei aufgeteilt wurde. Mhm. So, das dürfte ihn schon mal weggehauen haben. So, jetzt wollte ich Feuer mal bei die ausprobieren. Gucken wir mal, was das abzieht. Gucken wir mal, was die oben rechts macht. Na, auch nicht mehr als die anderen Sachen. Mach mal Erde. Okay, ich bin tot. Okay. Ah. Pui, Pui, Gras. Ich würde sagen, wir heilen uns nochmal schnell. Einfach nur, um sicher mit vollem Leben hier rum zu laufen, wenn wir das zusätzlich... Ist schon wieder so schnell gegangen, hast du das gemerkt? Was denn? Die Cast-Zeit von Chris. Ja. War so gut wie nicht vorhanden. Finde ich gut. Vor allem bei Heil-Zaubern. Ja. Was machst du da? Ich weiß es nicht. Der Charakter lief von alleine wieder die Treppe. Ja, 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 ja. Ist ausgerutscht. Es lag nur am Controller. Es lag nur am Controller, nicht am Spieler. Genau. Wie gesagt, sie ist ausgerutscht und ist die Treppe wieder runtergefallen. Na bitte, da haben wir unsere Heil-Statue. Waren wir nicht hier gegen die Ninja-Brüder gespielt, gekämpft? Nee, oder? Wir sind hier drin gar nicht gewesen. Aber das sieht so genauso aus wie damals, wo wir das erste Mal diese Horror-Wand hatten und danach diese Ninja-Brüder. Joa, das war aber doch im Schloss dein... Stimmt, du hast recht. Aber es sieht ziemlich ähnlich aus. So, wollen wir doch mal schauen, was das God-Beast für uns bereithält. Was haben wir hier nochmal bekommen? Hier haben wir Luna bekommen, ne? Tja, haben wir ja. Haben wir nicht Hartzinger? Nee, Hartzinger war im Wald. Ja, stimmt. Luna, Luna. Du hast recht. Dass wir haben hier keine wirkliche Schwäche. So, wir hatten jetzt einmal... Und... Nee, unten... Oben links und unten links, ne? Läufen wir weiter. Wir haben die Halt-Statue. Wobei, wie lange noch bis zum nächsten Level? Ich denke mal eine Weile. Ich denke mal noch eine Weile. Bei dem erst. 9.000. Ja, wir können zwar schon die Gegner machen, wenn du möchtest. Nee, nee. Ich möchte nicht allzu geschwächt dann beim Boss landen. Och, die schon wieder. Aber für die haben wir ja eine gute Waffe. Aber hehehe, ich bin ein Wehrwolf. Ja, jetzt kannst du dir in die Fresse boxen. Dann brauchst du noch einen rein. Siehst du, jetzt sind die kein Problem mehr. So, du... Wind. Du hast ne Windschwäche, der Beastmaster. Sehr viel ist auf 81, wenn es auf 3 Schuhe zu Klappen gezogen hat. Jo. So, weiter. Die Tür ist aufgegangen durch meine Verwandlung. Genau. So. Sind wir jetzt so langsam mal da? Unten rechts hatten wir noch nicht, finde ich. Nee, nee. Nee, nee. Kreuz. Warte mal ganz kurz. Wir können auch wieder runter gehen. Ich glaube, wir sind anscheinend schon ganz oben. Oh. Hä? Moment mal, Moment mal. Warte mal. Waren wir nicht von da? Okay, es gibt zwei Wege nach unten. Ich würde mal gerne wissen, wo der hingeht. Ja, das würde mich jetzt auch interessieren. Vielleicht gab es auch irgendwie zwei Wege hoch oder so. Weißt du was? Ich gehe doch trotzdem mal lang. Nee. Echt? Meinst du? Wir sollten nochmal lang oder oben erst? Da lang. Okay. Ich will mal wissen, was das hier ist. So, weiter mal mit Finsternis angreifen. Oh, der Bloody Wolf muss halt sterben. Der Silver Wolf wohl eher. Nee, der Bloody. Beide gefährlich. Der eine hat harte Attacken drauf, der andere kann heilen. Unsere Lieblings-Attacke ist Kusurkus Skydance. Und da, und dreht dich dein Radio ein. Was? Darum hacke ich dein Radio klein. Und darum schmeiße ich dein Radio an die Wand. Oh, 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 oh. Oh, wir sind tot. Ja, sind wir. Und er ist auch gerade noch gestorben. Doppel-KO. Ich würde sagen, es war unentschieden Einigen wir uns auf ein Unentschieden Wie man bei der Ritter der Kokosnuss sagen würde Ich würde trotzdem gerne wissen, was da unten ist Unser Tod Ja, nein, ja Ja, ich kann dazu nichts sagen, da war unser Tod Aber ich würde trotzdem gerne wissen, was da unten ist Jetzt werden wir gespannt, wie viel wir noch mal laufen dürfen Das kann natürlich echt sein, dass es einfach nur Gehen wir hoch Moment mal, wieso bin ich ausgeschaltet? Hä? Ich wäre irgendwie gerade kurz ausgeschaltet Ja, weil ich neu geladen habe wahrscheinlich Was mich mal interessieren würde Wie viel Erfahrung haben wir jetzt eigentlich? Ah, okay, dann war das wirklich kurz bevor wir gestorben sind Dass wir gespeichert haben Ja, Gott sei Dank Hallo mein Lieblingswolf Mach einen Einzelcast auf ihn Zu spät Wir müssen uns jetzt echt auf den konzentrieren Moment, dann mach ich es mal anders Machen wir das denn Holy Ball auf Bloody Wolf Und Evil Gate auf beide Oh Mann, nervt nicht Ja, das nervt schon so ein bisschen Mal sehen, wie zieht das so ab So, und jetzt direkt die andere noch hinterher Er ist schon tot Achso Und direkt mal Alle heilen Das ist so so geil, denn das ist verdammt unfair, die Attacke Ja, heftig Ich würde auch sowas lernen Sieht so gut aus Sind wir jetzt endlich mal oben Der Turm ist verdammt hoch Das ist wahrscheinlich Richtig Hm Oh, das sieht gut aus Und wieder zwei unserer Lieblingsgegner-Kombination Moment Einfach nur zur Sicherheit Falls er jetzt wieder mit Zusatzbuch Skydance ankommen möchte Ja Natürlich, du darfst nicht Wahrscheinlich kommt es genau jetzt Ja, ich glaube schon Sieht fast so aus So was sich's gerade auflädt Nee, der Ander Sieht auch so aus, aber Oder auch nicht Okay, er ist tot Camilla Ich glaube, die ist fast tot Braustingsmann Okay Wow, die hast du schnell getötet Mhm Stardust her Heilen? Ja, warte mal Ah, du hältst noch aus Ja Du hast trotzdem noch mehr KP als wir Selbst wenn du nicht voll bist Alter Ich habe das Gefühl, wir laufen im Kreis Nee, wir laufen immer höher Wir können nicht im Kreis laufen Wie hoch ist dieser Turm, bitte? Ich weiß es nicht Ich finde ihn aber ziemlich schwachsinnig Moment Nee, Moment, anders Holy Ball Hat die noch das Schwert gelernt? Äh, nein Ich glaube, das ist Wüste Ihr habt vier Schwerter gehabt Ja Erde, Feuer, Wasser, Wind Ah, okay So, wieder auf den Bloody Und Evil Gate auf beide Komm nur her, komm nur her Eine Kampfposition So, und direkt bei Evil Gate Ich glaube, das dürfte es für den einen gewesen sein Ich will es mal hoffen Das dürfte es für beide gewesen sein Immer wieder Was? Was? Das ist ein Trap Sollen wir rauslaufen? Nee, mach mal den platt Moment Aber lass von ihr heilen Bitte Ja, das hatte ich gerade vorgehabt Hier, Light auf Alle Und das auf alle Oh, das ist schon wieder so ein Labyrinth Mit Wölfen Warum mit Wölfen Aber das heilt doch den Typen da hinten Schatten, ne? Stimmt ja Egal, warum wir erstmal die anderen weg Das ist Camilla, kann ja gleich noch sterben Lass mal Sui wieder heilen Vorsitzalber Ja, das hat eine schon tot Das hat eine schon tot Super Ich bin halb jetzt nochmal Super Weil schon das Netz noch mehr heilt Ach nee, ich habe ihn getötet Schon davor Ja gut, hier hat sie auch nichts aktiviert dass wir das besiegt haben Ich bin klar gut Schön das Ding jetzt auch Sackgassen hat Äh, das ist gerade irgendwie nicht sehr toll. Mhm. So, wir sind von da gekommen, das heißt... Ich hoffe, die Sackgassen führen jetzt nicht so weit, dass wir jetzt, weiß ich nicht, wie weit wieder zurücklaufen müssten. Moment. Ich hoffe es auch nicht. Gehen wir mal kurz heilen? Glaub mir, Jan, ich bin der Wenigste, der das hofft. Mhm. Der Letzte, nicht der Wenigste. WTF, was sage ich denn heute für einen Scheiß? So. Hold it ball. Bloody und Evil Gate auf beide. Bam, und erst mal so ein... Roundhouse-Kick ins Gesicht. Rasur. Nee, nicht Rasur, Orkan-Kick. Ach, Orkan-Kick, genau. Was war denn Rasur nochmal? Das schnelle Bewegen. Ah, okay. Oder sich halt rasieren, aber ich... Was war eine Rasur? Ja, schnell des Bewegen. Ähm, nein. Weil ich mit einer Rasierklinge nicht unbedingt eben mal so fix hin und her bewegen würde. Das ist wahr. So, wenigstens sieht der Weg wieder ein bisschen richtig aus. So, gegen eine weitere goldene Statue hätte ich auch nichts. Oh. Warte mal, erst mal hier umschauen. Wir müssen was nur mit dem Raum. Hinten vielleicht noch was? Ah, es gibt wahrscheinlich zwei Wege. Ja, warte mal ganz kurz. Nein, siehste? Ha! Dachte ich mir nämlich schon sowas. Ja, dann Speicher. Gut, dass wir zwei Gehirne haben, ne? Ja. So. So, wollen wir nochmal sehen, was das Gott-Biest hier gleich macht. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Gott-Biest-Dola. Ich hab Angst! Ich hab Angst. Ich hab Angst.